Was ist denn, Mann? Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Was denn, Cayman? Diese Poster hängen in unserer ganzen Stadt verteilt. Freddy Fazbear und Bonnie der Hase werden gesucht. Was, das sind doch die aus dem Kinofilm Five Night at Freddy? Ihr kennt es doch. Von der Pizzeria. Und Bonnie der Hase. Da waren wir doch in dem Kinofilm drin. Und diese Zettel hängen jetzt überall. Und die werden echt gesucht. Überall, Flex. Ich hab die mindestens 6000 Mal gesehen in unserer ganzen Stadt. 6000 Mal. Das heißt, die laufen jetzt hier einfach frei rum. Ihr wisst doch, die zwei sind so gruselig aus der Pizzeria, aus dem Kinofilm. Und ihr wisst auch, dass wir das nicht zulassen können, dass hier zwei Psychopathen komplett rumlaufen. Alleine in der Stadt, in unserer Stadt, in eurer Stadt. Das geht nicht, Mann. Wenn die zu uns ins Hauptplatz hier kommen, das geht überhaupt nicht. Viel schlimmer. Was ist, wenn die zu euch nach Hause kommen, Leute, Mann? Was geht dann ab, Flexi? Ich hab ne Idee. Wir können nur eins dagegen machen. Was denn, Flexi, verraten? Indem wir jetzt die Drohne starten und die beobachten oder suchen. Genau, was ihr wollt. Wir suchen Bonnie den Hasen und Freddy Fazbear. Wir werden jetzt mit euch die Drohne holen und dann überwachen, wie Drohne überwacht Freddy Fazbear und Bonnie der Hase. Wenn du sagst, jeder sucht den, hey, wir müssen dagegen steuern. Und wir suchen jetzt genauso. Ihr schaltet nicht ab und abonniert jetzt erstmal diesen Kanal, denn ihr seid hier aus Deutschland, England, Amerika, Schweiz, egal was. Und am besten, ihr lasst alle nochmal ein Like da und schreibt Kino in die Kommentare. K-I-N-O, Mann, Flexi. Ich glaube, der gruseligste Kinofilm des Jahres. Let's go! Ich bin jetzt zuallererst dahin geflogen, wo ich die Wanted-Schilder gefunden habe. Carmen, meinst du diese zwei Zettel? Die habe ich gemeint, Freunde. Freddy und Bonnie. Genau da. An diesen Straßenlaternen hingen sie, Freunde. Deswegen suchen wir jetzt sofort Bonnie und Freddy, Mann, Leute. Oh mein Gott. Wenn die Zettel dort waren, heißt es, sie könnten dort wirklich dort sein. Sie müssen dort in der Nähe sein. Doch, jemand hat diese Wanted-Schilder dort aufgehängt, vermutlich, weil ihn dort jemand gesehen hat, einen von den zwei. Bonnie oder Freddy Fazbear. Der kam aus dem Kino direkt raus auf die Straße und hat dann diese Zettel gefunden und deshalb muss irgendwo jemand dort sein. Wir probieren jetzt einfach mal weiter, Freunde. Hier habe ich auch noch ein paar Zettel gefunden, Leute. In diesem Kinokomplex, Kino-Aria, da ist ganz viel los. Und ihr wisst ja, aktuell läuft Five Nights at Freddy's im Kino. Deshalb schreibt jetzt alle mal Kino in die Kommentare. Und lasst ein Like da. Ihr kennt doch alles Cinemax-Kinos. Like das Video, bist ihr nicht extra wieder mit der Drohne in die Luft gegangen? Wir suchen Bonnie den Hase. Der ist blau mit ganz kleinen Hasenohren. Und natürlich Freddy. Und ihr wisst ja, was die machen. Freddy. Die zwei mit Chica sind eigentlich dazu da, um die Kinder in den Freddy's Pizza zu unterhalten. In die Pizzeria. Damit kommt ihr rein, um dort Pizza zu kaufen. Und die dienen zur Unterhaltung. Sollen wir auch, Camille und Flexi. Ihr wisst ja, was da abgegangen ist, Mann, in Five Nights at Freddy's. Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, Alter, ich empfehle es euch. Guckt ihn euch an, Alter. Aber ist sehr gruselig. Man muss zugeben, er ist gruselig. Aber ich finde hier keinen Freddy. Fuzzbear. Und wir gehen mit der Drohne um drei Uhr nachts extra auf die Jagd. Wo ist Freddy Fuzzbear? Oder Bonnie? Fuzzbear. Bonnie der Hase. Faze me here. Leute, Mann. Was? Chica, das Hut? Wo? Nein, 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 nein. Wir suchen Freddy Fuzzbear oder Bonnie den Hase. Also, du weißt, Freddy ist eher braun wie ein Teddybär. Genau. Bonnie ist eher lila wie der Hase. Und du weißt. Und Chica ist grün. Nee, ist Geld. Freddy ist gelb. Ist ein anthropomorpher Bär, Leute, wenn ihr es nicht wisst. Anthropomorph, Mann. Was ist das? Vielleicht in der Tankstelle. Was da? Vielleicht an der Tankstelle, Mann. An der Tankstelle, Mann. Da kann man auch Pizza kaufen. Du stimmst immer so kleine Stückchen. Pizza ist leicht. Ja, Pizza ist Pizza. Wie krass das ist. Auch Freddy ist Pizza. Ich fliege hier. Ich fliege hier. Aber siehst du was? Nein, ich sehe Autos. Da unten rostiges Dach. Hast du schon mal Freddy in deinem Auto gesehen? Nee. Auf keinen Fall, Mann. Ich weiß nicht. Das ist ein Bär, Mann. Der kann nicht fahren. Der kann laufen. Der kann laufen. Eben, eben, eben. Alter. Vielleicht hier in dem Garten, Mann. Da ist ein Trampolin. Oh, ein Trampolin ist für Kinder. Nein? Wo ist er? Wo sollen wir hinfliegen, Mann? Ihr wisst, wen wir suchen. Wir suchen Freddy Fazbear. Wenn ihr wisst, wo Freddy ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wo sollen wir mit der Drohne noch so hinfliegen? Oder schreibt es rein. Freddy Frisbee? Was? Was? Frisbee? Das spielen wir nächste Woche. Leute, man. Let's go mit der Drohne. Da seht ihr erst mal uns sitzen. Hier sitzen wir. Hallo. Hi. Das sind ja wir. Das sind echt wir. Das sind wir. Natürlich. Wir fliegen ja auch gerade hier. Ja. Aber wir suchen immer noch Freddy und Bonnie. Und ihr seid live dabei, Leute. Man lasst einen dicken Like da nochmal. Kino. A-I-N-O. Und lasst Like da. Aber, schau mal. Da ist so viel Platz. Und da ist so viel Areal. Da könnte Freddy oder Bonnie überall sein. Du hast recht. Aber ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal ein bisschen weiter, Leute. Wir müssen alle die Augen offen halten. Ist da jemand? Wir fliegen nach da vorne, Freunde. Was hast du gesehen? Wir fliegen einfach geradeaus. Geradeaus. Hinter dem Ruhig. Da war was richtig krasses. Da könnte jemand sein. Okay. Schreibt ihr das? Oh mein Gott. Mini-Golfplatz ist wie für Kinder und Tennis auch. Das ist eine richtige Sportanlage. Und ihr wisst ja, Freddy Fazbear und Bonnie, der Hase, Mann, die machen überhaupt keinen Sport. Aber die ärgern immer die Leute, die die Sport machen. Und deshalb könnte er sehr gut da sein. Ich sag's dir. Außer mit Maxi, könnte ich mir fast vorstellen, dass diese Wanted-Dinger auch da hängen. Weil die Leute müssen geschützt werden. Die Leute müssen gewarnt werden, dass an dem Tennisplatz nie der Freddy Fazbear kommt. Die könnten überall sein. Überall werden die gesucht. In der ganzen Welt werden die gesucht. Es ist krank, Mann. Es ist krank. Weil der Film ist weltweit. Ihr kennt den Film, oder? Ich kenne ihn. Du kennst den Flex. Ich war drin. Er war riesig. Hier ist nichts, Mann. Das ist so großes Gebiet. Unsere Stadt ist riesig, Leute. Ja, aber schauen trotzdem. Wir müssen nachschauen, ob der vielleicht dort noch da ist. Vielleicht verstecken sie sich unter der Menschenmenge. Irgendwo können sie sich verstecken. Und es ist ein Bär und ein Hase. Das heißt, die können sich eigentlich sehr, sehr gut verstecken. Das sind nur normale Menschen, Leute. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Da ist ein bisschen Bäume, ein bisschen Wald, ein bisschen Straße, ein paar Häuser. Also, fliegen wir mal weiter. Fliegen wir mal weiter. Wo sollen wir fliegen, Flex? Hast du eine Idee? Zur Autobahn da drüber. Wir müssen direkt jetzt zur Autobahn fliegen. Echt? Ja. Das sind ganz viele Autos. Und ein Rastrand. Quedal Freddy sein und unser Bonnie sein. Ich sag's mir. Oder was? Ja. Okay. Genau die Autobahn habe ich gemeint. Da unten. Da. Da ist was braun ist. Da läuft jemand. Da, seht ihr das? Ach, nee, Leute. Das ist nur ein Mensch, der irgendwas, einen Anhänger lädt. Ein Auto plus Anhänger und der Anhänger war braun. Und ich dachte wirklich, es wäre Freddy gewesen, weil er doch auch braun ist. Aber vorher hast du auch gesagt, er ist am Straßenrand. Der fährt doch kein Auto, man. Dann schauen wir nicht auf der Autobahn, man. Wir müssen um... Am Rand, irgendwo am Rand der Autobahn. Ich stehe vielleicht auf dem Parkplatz, man. Ihr seht den Parkplatz. Wir fliegen da mal hin. Parkplatz. Ihr wisst Bescheid. Da finden wir immer viele Leute. Da kann es sehr gut möglich sein. Da unten ist ein Restaurant. Was ist, wenn es das Restaurant von Freddy Fazbear ist? Seine Pizzeria. Freddy Fazbear, die Pizzeria. Das kann natürlich sein. Weißt du? Ist da überhaupt jemand? Ich fliege mal näher runter. Ich fliege mal runter. Wir haben auf jeden Fall hier ein Restaurant gefunden. Und ihr seht es. Der Parkplatz ist komplett leer. Der Parkplatz ist leer. Dann würde ich sagen, dieses Restaurant ist zu. Aber warum ist es zu? Wahrscheinlich, weil Freddy Fazbear da reingegangen ist. Freddy Fazbear. Bist du dir sicher? Deshalb bleib mal dran. Bleib mal in diesem Restaurant dran. Meinst du? Guck mal, ich zeige es dir nochmal. Parkplatz. Da steht nicht ein einziges Auto bei dem ganzen Parkplatz. Und ihr habt gesehen, wie viele Autos da rumfahren. Es ist ein ganz normaler Vormittag, Mittwoch, Vormittag. Von der Autobahn. Keiner hat mal Hunger und möchte gern irgendwas im Restaurant essen? Soll ich mal zur Tür fliegen? Da fliegt. Da ist auch kein Licht an. Achter, du hast recht. Es kommt noch dunkel. Leute, ich fliege jetzt mit euch ganz, ganz vorsichtig zu dieser Tür. Das ist eine Fassade. Eine Fassade fürs Freddy's Pizzeria. Schau mich nochmal kurz an. Schau doch mal die Farben an. Wie eine Pizza. Ach du Flexi. Man drückt mir die Augen. Käse. Licht als Tomate. Die Tür ist auch feuerrot, man. Feuerrot wie Tomaten. Eben. Ihr wisst doch alles, was auf eine Pizza gehört. Käse. Tomate. Alles, was rot, gelb, grün, blau ist. Ananas. Nicht immer. Aber die Tür ist echt zu, oder? Da steht noch. Erfunkerzeiten. Was? Hä? Da ist nichts. Ihr seht, es ist komplett dunkel drin. Ich seh nicht. Und ihr seht doch, keine Leute sind drin. Keiner geht rein. Keiner geht raus. Es ist, ich sag dir, die Tür ist 100%ig zu. Oder die renovieren das gerade, weil ich sehe da einen Farbeimer. Siehst du das? Da ist ein Farbeimer, da liegt eine Farbwalze unten auf dem. Eine Renovierung. Das kann natürlich sein. Aber damit bedeutet das, dass 100%ig das Restaurant zu ist. Schau mal, jetzt hier den Parkplatz kämen. Einfach geschlossen. Ich fliege mal hier links da rein. Nicht ein Auto hält dort. Da geht es noch ums Restaurant. Freunde, ihr seht den Weg. Wir fliegen jetzt mit euch direkt zum Hintereingang. Ich habe Angst. Ich muss aufpassen, dass ich die Drohne nicht crash. Und nicht so weit unten. Du fliegst ziemlich weit. Da ist er. Nein, warte. Da ist er. Nein, Leute. Ich sag's dir. Das ist nicht Bonnie. Das ist nicht Freddy Fazbear. Das ist Freddy. Das ist Chica. Bist du dir sicher? Das ist Chica, Leute. Ich dachte, es wäre Freddy. Warte, ich fliege mal. Der war braun. Leute, ihr habt es gesehen. 100%ig war das jemand, der brauner hat. Der ist groß wie ein Teddybär. Wo ist der hin, Leute? Ich werde jetzt einfach abkauen. Ich suche nochmal den ganzen Gelände ab, den ganzen Parkplatz. Wahrscheinlich, weil er die Drohne gehört hat. Das kann sein. Ist er schnell ins Restaurant rein. Warte, ich schau nochmal. Da! Am Eingang. Jetzt am Eingang. Er will rein. Wie wir es euch gesagt haben, er will jetzt in die Pizza. Aber das ist doch Chica. Chica, das Hündchen. Bist du dir sicher? Oder? Ich sag dir immer noch, es ist Freddy. 100%ig ist es Freddy. Er ist ganz braun. Weil Chica ist gelb. Warte, ich fliege nie an, Freunde. Ich fliege nie an, Mann. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Oh mein Gott, was ist hier los? Ich fliege nicht, mach nicht mal was. Zum Haupteingang. Oh mein Gott, wir wissen, wer da steht jetzt, jetzt, jetzt. Es ist Chica. Es ist Chica. Es ist Chica. Vergleich das mal, Freunde. Oh mein Gott, du hast recht. Chica rennt. Komplett in Gelb. Was macht Chica? Bleib dran, okay, man. Hinterher, hinterher. Warte, 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 warte. Ich habe an die Drohne zu crashen. Ich will dich nicht crashen. Es ist wirklich Chica. Was macht Chica da? Warum will Chica in das Restaurant? Und es krass ist, wenn Chica da ist, ist Freddy auch in der Nähe. Und Bonnie. Natürlich, natürlich, natürlich. Ihr wisst ja, wir haben euch ja vorhin erzählt, dass Freddy, Bonnie und Chica zusammen die Pizzeria unterhalten. Also alle Kinder, die da hinkommen, die sind dafür da, dass sie Unterhaltung bieten. Die machen Spaß. Die machen alles. Aber in Möglichkeit sind sie sehr cool da rein. Und die Chica kommt nicht in die Pizzeria. Da, da, da. Da. Die will einbrechen. Die will einbrechen in die Pizzeria, damit sie die Kinder und euch unterhalten kann. Oder man will wirklich da rein. Wir unterhalten euch doch. Ich hoffe es. Aber die will wirklich da rein. Aber ich glaube, ihr habt noch kein Abo da gelassen. Wenn ihr noch kein Abo da gelassen, abonniert jetzt meinen Kanal. Es ist kostenlos. Und lasst jetzt alle noch mal einen Like da, weil jetzt wird es erst richtig spannend. Habt ihr es gesehen? Warte, da ist es auch. Die hat sich am Hintern gekratzt und jetzt riecht es an den Fingern. Wie Jogi Löw von vorne. Jogi Löw. Nein, 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 nein. Jetzt pass auf. Flieg nicht so nachher. Kei, der Rückwärter ist nicht gesehen. Nicht so nachher fliegen. Sie ist ums Ecke gegangen. Moment, Flexi. Die sind so ein Spielverrückte. Die Drohne lässt sich nicht so gut steuern, weil die über den Decken sind oben und unten. Wir haben es gesehen. Sie ist gerade ums Ecke gegangen. Chica ist ums Ecke gegangen. So sicher, dass ich da rumfliegen würde? Ich glaube, sie suchen noch mal neun Eingang. Bist du dir wirklich sicher? Natürlich, weil sie hat einen neuen Eingang gesucht. Du bist nicht sicher, Flexi. Sie hat einen neuen Eingang gesucht. Ich glaube, sie suchen einen Eingang. Und wisst ihr was? Da, jetzt, ich sag dir. Sie ist ums Ecke gegangen und jetzt geht sie bei dem Eingang rein. Aber woher wusstest du das, Flexi? Woher wusstest du, dass sie da hingeht? Wenn du zu einer Tür gehst und die Tür ist zu, versuchst du es woanders. Das ist ganz normal. Auch Chica macht das ganz normal. Mein Gott. Bis jetzt hat sie es aber noch nicht entdeckt. Bis jetzt hat sie es auch noch nicht geschafft, ins Restaurant reinzukommen. Sie versucht es immer noch, in eine Türe reinzugehen. Die hätte fast in die Drohnenkammer reinkommen. Pass auf, K-Man, nicht gegen die Wand fliegen. Ich gucke noch nicht, dass uns jemand ist. Keiner folgt uns, Freunde. Keiner folgt uns, alles gut. Chica ist da wirklich alleine, oder? Nein! Sie hat uns entdeckt. Chica hat uns entdeckt. Oh mein Gott. Was will Chica von uns? Das ist nicht Chica. Das ist Freddy Fazbear. Das ist doch Freddy Fazbear. Ich hab dir gesagt, K-Man. Es ist Freddy. Freddy Fazbear, wir müssen abholen. Es ist Freddy. Ich bin nicht in den Wald. Ich bin nicht in den Wald, Freunde. Es ist Freddy. Mit euch fliegen wir jetzt in den Wald. Oh mein Gott. Da ist die auch. Ich hab die Pizzerin. Freddy Fazbear ist Pizza Place. Ihr könnt die. Original. Wer ist es? Das ist Chica. Das ist Bonnie. Da ist jeder. Die ganze Freddy Fazbear. Oh mein Gott. Das sind alle. Das sind alle. Was machen wir? Leute, seht ihr das? Das sind alle. Habt ihr das schon mal erlebt? Leute, lasst alle jetzt noch mal einen Like da. Und abonniert den Kanal. Es ist komplett kostenlos. Oh mein Gott. Moni, Chica, Freddy. Was ist das? Ah, alle sind da. Die Drohne, die Drohne. K-Man, die Drohne. Warte, Herr Prenn, fangen wir. Was geht da? Leute, ich hab gesehen, es sind sogar Autos. Und bestellen dort Essen. Was geht denn? Was machen die ganze Familie dort? Die machen die Autos kaputt. Die zenten das Auto an. Die machen das Auto kaputt. Leute, was ist mit der Drohne? Mit der Drohne? Was ist mit der Drohne? Die haben sich auch kaputt gemacht, Flex. Die machen das Auto kaputt und unsere Drohne. Freunde, die haben jetzt einfach unsere Drohne kaputt gemacht. Nicht schon wieder eine Drohne von hinten an. Weißt du, wo wir jetzt hingehen müssen? Direkt zur Pizzeria. Und weißt du, was wir dort bestellen? Eine leckere Freddy Freddy's Pizza. Auf geht's. Auf geht's.